Willkommen in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, die eine Vielzahl an historischen und modernen Sammlungen bereithält. Ein Großteil ist heute schon digitalisiert. Für Coding Da Vinci präsentieren wir unsere Sammlung historischer Rheinansichten. Eine Reise auf dem Rhein mit seiner malerischen Landschaft, seinen Burgen und Schlössern war im 19. Jahrhundert für die High Society ein touristisches Muss. Der englische Offizier und Maler Robert Batty publizierte 1826 Bilder seiner Reise an den Rhein von Mainz bis Köln, die wir um weitere Rheinansichten aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ergänzt haben. Mithilfe eines zeitgenössischen Taschenpanoramas reisen wir mit euch von Mainz über Bingen, Bacharach vorbei an der Loreley und dem Drachenfels bis Bonn, Köln und Düsseldorf. Gute Fahrt auf dem Rhein. Köln Köln Düsseldorf Jason Düsseldorf Vielen Dank.